Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Medal of Honor. Wir haben uns jetzt hier ein bisschen den Berg hochgekämpft, aber stoßen auf massiven Widerstand. Ich bin auch nicht wirklich noch gut ausgerüstet. Immer wieder wird da hinten dieses MG besetzt. Oh. Ja. Jetzt haben wir wenigstens mal Luftunterstützung gehabt hier. Okay, aufgepasst. Nicht, dass hier noch irgendwo welche rumhängen. Okay. Passt den Bunker auf, worauf ihr schießt. Wir suchen Rabbit und Mother. Okay. Also Jungs, ich freue mich. Uh. Rauf geht's. Und das mache ich doch nur. Okay. Treten wir das Ding ein. Okay. Oh, Rabbit hat's hier los verloren. Wir müssen ihn hier raus haben. Jimmy, Voodoo. Jimmy, hier ist Voodoo. Scheiße. Kein Funkkontakt. Oh, Rabbit scheint's ja richtig hart erwischt zu haben. Oh, Rabbit scheint's ja richtig hart erwischt zu haben. Oh, Rabbit. Wie geht's Ihnen? Hey, Rabbit, halten Sie durch. Wir haben Sie. Wir haben Sie. Mann. Der Kaperone ist echt zähl. Jimmy. Sieht mit der Exfiltration aus. Mit Mother. Wir arbeiten dran. Ja. Das wird wieder, Bruder. Das wird wieder. Verdammt, Mother. Dann werden wir abgeholt. Jimmy, Rabbit verblutet uns. Oh, oh. Oh, Rabbit, das sieht übel aus. Oh, ich höre einen Hubschrauber. Oh, wird Rabbit doch noch gerettet? Oder muss er jämmerlich verbluten in den Bergen von Afghanistan? Oh, Gott. Ich glaube, er hat es nicht geschafft. Ja, die Hilfe kam zu spät. Den armen Rabbit hat es dahin gerafft. Ich glaube, er hat es nicht geschafft. Ich glaube, er hat es nicht geschafft. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, bei den Missionen hier zuzuschauen. Und vielleicht hat es auch den einen oder anderen motiviert zu sagen, ach Mensch, das wäre doch mal ein Game, was ich selber mal spielen könnte. Oder packt es nochmal aus, wenn er es schon sein Eigen nennt und fängt nochmal von vorne an. Also mir hat es auf alle Fälle Spaß gemacht, auch wenn ich das eine oder andere Mal ziemlich dusselig gestorben bin. Und ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Let's Play dann wieder. Viel Spaß noch. Ciao, euer Daddy Harry.